Denn machen Sie auch hier wieder die Gedankenprobe aufs Gegenteil. Was wäre denn, der Mensch würde seine Kondition wirklich begreifen und sich wahrnehmen und sehen können als diese weichfleischlich-elastisch-plastische Gliederpuppe mit Verfänglichkeits- und Vergänglichkeitsdauer zum Verzehr, zum Vertilgen, zum Genießen, als Genuss-Form-Schinken-Fleisch zubereitet? Wir würden dann die Drittimperative wirklich noch hinhauen und Rappel in der Kiste machen. Vielen Dank.